ich hab ihn nicht sterben ich komm kein biggie und 6 grenades alter das wird lustig bist du das? ohhh ich krieg n halbem herzen fack ey ich habe so viele metz alter ja ich hab nicht so viel danke oh geht noch biggie rufen huu 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 das war für mich noch nicht boah biggie das ist gut oh wichtig wichtig wenn du äh minis findest, mach mir Bescheid danke ich hatte da man durchsetzt das ich glaube ich habe nie die goldene pampen durch die chest gezogen durch gegner ich habe die goldene pampen durch eine blaue chest gezogen und durch ja jetzt gerade ich dachte es ist ein lamer auswanderung okay minis ja ja er wollte ich habe mehr weg danke hast du schon ein sniper noch nicht mehr okay dann nimmst du als nächster wenn du siehst und ich die zweite zeit macht so braucht sich für ich will jetzt erst angefangen mit zwei kürze ich habe gar kein aber ich dachte ich habe es ist einfach so eine farme aus dieser die sich aber irgendwie langweilig ist er nur ein du war gellig sind wird ein tik tok auf tik tok drei minuten noch das ist meine tippe eigentlich fast fertig also ich habe es einfach nur geschätzt geschätzt ich habe der baut der baut hier was an die don ich habe mich vertan ja 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 immer wenn man was kurses ok es kommt die grüne punkte er kann stecken kannst du mitnehmen ja kann ich ach so kannst du dann mini stecken ja ja ich habe mich so ja dann ich habe jetzt schon sechs minuten hier bin die anstatt links mitnehmen ok hat sie hätten sie gegner ich habe gegner im feld glaube ich das war ein wasser der Oh mein Gott! Oh, ist der Duo-Mate, pack mich! Der ist white, der ist one-shot, der ist der Mate. Der wurden wirklich reviviert. Guck mal, wie kommt der Mate? Nein! Ey! Ich bin da, ich bin da! Hey, wo ist der? Digga, Alter, von beiden Seiten. Ja, f*** dich, trage mich nicht weg, die Hunde so. Ja, gescheit, Alter! Was auf den, der ist, der ist eigentlich ein Shot. Ah, ja, der, der, das war so eine Pussy, Alter. Ja, ne, weißt du, warum? Guck mal, ich, ich hätte, ich hätte überlegt, nur, äh, jemand hat mich ja auch von hinten gesniped. Also, ich geh zurück zum Lobby, weil ich meine Pisses verliere. Ja, okay. Ja. Ja.